Und wir haben einen Stufe 2 Kern Reaktor am Start, meine lieben Freunde. Er ist installiert und er läuft. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industry im Update 1. Meine lieben Freunde, wir haben die Baufläche für das AKW 2.0 jetzt soweit vorbereitet. Und beim letzten Mal ja auch schon die Wasseraufbereitung für das Kühlwassersystem vorbereitet. Da musste ich jetzt tatsächlich schon ein bisschen was abzwacken von dem Wasser. Denn ich habe auch nochmal offscreen die Lebensmittelproduktion bzw. auch die Wasserrecyclingkapazität erweitert. Denn ich habe jetzt auch nochmal eine weitere Hühnerfarm an den Start gebracht, damit genügend Eier und Fleisch reinkommen. Und auch genug Material für hier zum Beispiel Kuchenproduktion. Das habe ich jetzt hier noch übertaktet. Das ist dann noch der Plan, dass wir das dann auch ohne Übertaktung dann mal demnächst machen. Dass ich auch den Zucker noch übers Förderband noch hinliefern lasse. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Habe hier weitere Farmen noch aufgebaut. Eine für Raps, um Öl zu produzieren. Das ist ja das, was man für einen Kuchen auch braucht. Und hier nochmal eine Weizenfarm, damit genug Mehl produziert werden kann. Und ansonsten halt wie gesagt hier die beiden Anlagen noch für die Wasseraufbereitung. Wenn ihr das hier übrigens feiert, dass wir uns Captain of Industry im Update 1 reinziehen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, die am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke verlinkt ist. Oder am Ende. Und ihr könnt auch sehr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das hier alles findet. Kurze Erklärung. Keine Forschung steht hier oben. Wir haben immer noch nur die Forschung für den schnellen Brutreaktor ausstehend. Dazu benötigen wir aber erstmal 60 Einheiten von dem MOX-Abfall, den wir erst im Kernreaktor 2 bekommen. Das heißt, es wird jetzt mal tatsächlich endlich mal Zeit, dass wir den Kernreaktor Stufe 2 an den Start bringen. Das wird jetzt das, was wir machen. Kurz nochmal hier zur Stadt. Ich habe die Stadt auch nochmal ein bisschen erweitert. Habe hier mal noch ein paar Dekorationen hinzugefügt, weil das ist nämlich Unity, die wir safe bekommen. Ja, das ist jetzt noch nicht so viel, weil das sind jetzt nur zwei Felder, die wir da jetzt haben. Habe schon überlegt, dass ich hier vielleicht mal dieses Stadtsegment hier rauslösche. Ja, und da nochmal eine Deko mache und die Stadt einfach hier hin verlege, das Stadtquadrat. Dass das halt nochmal hier ein bisschen noch mehr Boni gibt. Weil ich glaube, man muss das immer so machen, dass die angrenzenden Felder an diese Deko, also die angrenzenden Stadtgebiete an diese Deko genau dran grenzen sozusagen. Ich glaube, dann hat man den maximalen Bonus. Das heißt, je mehr von den Stadtvierteln quasi an so einem Quadrat dran sind, desto höher wird der Bonus. Irgendwie so ähnlich. Das heißt, genau, das kann man dann noch machen. Jetzt müssen wir uns aber hier drum kümmern. Also kurz nochmal zur Erklärung. Das hier sind jetzt Kühlwasserbecken. Es ist unabhängig davon, wie viel entnommen wird aus der Grube oder hinzugefügt wird. Das Wasser hat immer einen festen Pegel. Das ist quasi hier Ozeanwasser, muss man sich jetzt vorstellen. Es ist ja so, als wenn da der Ozean ist an der Stelle. Und wir können da unendlich viel Wasser entnehmen aus diesen Flächen. Wir können auch unendlich viel Wasser hinzufügen. Das macht keinen Unterschied. Ist völlig egal. Ich musste, wie gesagt, für die Hühnerzucht und das alles und für die ganzen Verarbeitungsprozesse hier, musste ich ein bisschen Wasser jetzt davon schon abzwacken. Das müssen wir dann mal ein bisschen berücksichtigen. Wir haben ja da jetzt erstmal diesen Wassertank, diesen einen. Der enthält ja erstmal eine ziemlich große Menge Wasser. Ich werde jetzt aber nochmal folgendes machen. Ich werde jetzt das hier nochmal löschen, weil ich will noch einen zweiten Wassertank haben, tatsächlich. Ich möchte zwei hintereinander haben, weil wir haben ja hier zum Beispiel bei dem anderen AKW, haben wir ja auch nur einen Wassertank. Und das macht den Spielraum oder das schränkt den Spielraum sehr stark ein in Bezug auf die Regulierung der Wassermenge. Also ich hätte gerne immer einen Tank, also anders gesagt, ich hätte immer gerne einen Tank, der immer voll ist. Unabhängig davon, was der zweite Tank macht. Weil hier haben wir nur einen und das ist halt hier sehr schwierig, das zu regulieren, weil wenn der eine dann schon fast leer ist, dann hat man kaum noch Zeit zu reagieren. Hier müssen wir mal kurz einstellen. Der Bergbauturm hat keine Stellen, wo er was machen kann. Dann machen wir mal ganz kurz hier, dass er da rumbaggern kann. Genau, dann kann er hier ein bisschen was machen. Genau, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Deswegen machen wir hier jetzt nochmal ein weiteres Flüssigkeitslager dahinter. Genau, können wir direkt dran schließen und machen direkt schnelle Lieferungen. Dann kann es nämlich schon mal volllaufen. Haben wir auch mehr Spielraum, wenn wir jetzt zum Beispiel die Wassermenge steigern müssen oder solche Geschichten. Dass wir das dann direkt machen können. Genau, so und dann machen wir natürlich hier wieder eine Prioritätenlösung. Denn wir wollen ja das Wasser im AKW haben. Primär und nicht irgendwo anders. Das heißt, nur der Überschuss soll entsprechend rausgeleitet werden. Aber nicht das, was für das AKW gebraucht wird. Das für das AKW gebrauchte Wasser soll entsprechend ja ins AKW. Genau, deswegen machen wir das jetzt hier mal. Warnung, Flüssigkeitsspeicher hat eine hohe Versorgung mit Wasser. Das meine ich nämlich. Ich muss halt immer noch hier auf Pause drücken. Dann muss ich warten, bis er sich ein bisschen geleert hat. Dann wieder laufen lassen. Und es wäre halt praktischer, wenn man das schon machen muss. Dass man noch einen zweiten hat, der halt dann voll ist. Der immer voll ist, damit das AKW immer Wasser bekommt. Und der hintere ist dann der Ausgleichsbehälter sozusagen. Dass man noch ein bisschen mehr Zeit hat, um zu reagieren auch. Weil wenn nämlich der eine jetzt erstmal leer gelaufen ist und ich vergesse den zu reaktivieren. Was mir wahrscheinlich jetzt passieren wird, während ich das zweite AKW aufbauen werde. Dann kommt es nämlich tatsächlich zu einem Störfall. In dem Sinne, das habe ich schon gehabt übrigens. Deswegen erkläre ich das gerade. Dann steigt hier die Temperatur in den kritischen Bereich. Das Kühlwasser wird verdampft, damit es nicht zur Kernschmelze kommt. Und das tritt dann natürlich über den Schornstein aus. Das ist erstmal primär nicht schlimm, aber es ist halt auch nicht wirklich geil. Da muss man halt schnell dafür sorgen, dass man dann das Ganze entsprechend wieder zum Laufen kriegt. Also, dass man hier schnell dann die Leitung aktiviert, damit wieder Wasser in den Reaktor kommt. Damit das nicht bumm macht. Ich meine, es macht nicht bumm. Das muss man dazu sagen. Aber es ist halt... Es ist nicht ideal. Genau. Sollte man vermeiden. Sollte man vermeiden. So, jetzt müssen wir mal schauen. Wir wollen jetzt den Reaktor aufbauen. Spiel wäre jetzt Kondensation. Also erstmal kurz nochmal zu den Solarpanelen machen wir vielleicht nochmal ganz kurz hier einen kleinen Exkurs. Ihr seht, ich habe die Solarpaneele hier komplett ausgebaut jetzt. Also, was heißt komplett ausgebaut. Sie werden weiterhin ausgebaut. Genauso, wie ich das jetzt auch gerade wieder gemacht habe. Und die Fläche hier hinten ist jetzt komplett weg. Hier wird jetzt Erde aufgeschüttet. Hier möchte ich gerne noch so Sachen wie Mais, Zucker anpflanzen, Zuckerrohr, Mais. Damit wir diese Stoffe, diese Agrarprodukte benutzen können, um wie gesagt chemische Produkte zu ersetzen. Also, dass wir dann statt einer Raffinerie die Öl verarbeitet. Dass wir dann auf diese Gebäude halt hier verzichten können im Grunde. Aber die ganzen anderen Prozesse, die da dranhängen, die Stoffe, die wir brauchen, dass wir die dann durch alternative Produktionswege ersetzen. Weil, wie gesagt, man kann viele Sachen tatsächlich ersetzen. Man kann zum Beispiel mit Rapsöl, also Speiseöl, wenn ich das jetzt mal hier aufmache. Wo ist es? Speiseöl. Speiseöl. Ich finde es gerade nicht. Speiseöl hier. Es sind so viele Dinger. Ich kann auch oben suchen, genau. Egal. Speiseöl kann man hier ganz viel machen. Ihr seht es, man kann Treibstoff herstellen mit Ethanol zusammen. Und, ähm, das kann man, Treibstoff kann man ja dann wieder verarbeiten zu anderen Sachen. Da kann man dann wieder Erdgas draus machen zum Beispiel. Also hier Brenngas, nicht Erdgas. Erdgas gibt es ja nicht. Genau. Und das, äh, ist dann so eine Grundlage für andere Sachen noch. Wasserstoff kann man benutzen auch in Kombination mit den anderen Stoffen. Teilweise mit Ethanol, glaube ich. Beziehungsweise Chlor für, äh, Kunststoffproduktion, genau. Also ich kann, statt dass ich meinen Kunststoff aus, äh, aus, ähm, Benzin, Rohbenzin mache, was ja momentan der Fall ist, kann ich den auch aus Ethanol machen. Ja, und hab dann eben auch ein bisschen mehr, glaube ich, sogar. Mal gucken. Ne, ist genau dieselbe. Ist genau das gleiche, eigentlich braucht ich die gleiche Menge Chlor, gleiche Menge Ethanol, wie ich Robenzin brauche. Aber ich kann das halt komplett ersetzen, das ist halt der Punkt, ja. Ich kann das komplett mit, äh, pflanzlichen Bestandteilen ersetzen quasi. Und hab dann trotzdem Kunststoff. Ist alles eigentlich ziemlich nice und müssen wir langfristig eigentlich mal machen, weil wir müssen, wie gesagt, unabhängig werden vom Öl. Das ist, wie gesagt, das zweite große Thema, was wir haben. Das war, jetzt sind wir von der Kohle unabhängig im Grunde genommen. Mehr oder weniger, bis auf kleinere Mengen, die an einigen Stellen dann doch noch gebraucht werden. Zum Beispiel bei der Polysiliziumproduktion, da werden einige Bestandteile noch gebraucht. Aber abgesehen davon sind wir eigentlich relativ unabhängig jetzt schon von Kohle. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt wollen wir, genau, jetzt sollen wir den Reaktor bauen. Jesus Christ, Spielbär, wie kann man sich eigentlich nur so maximal verplappern? Genau, der Reaktor, der Mox-Brennstab-Reaktor. Und wir sehen schon, der ist ein bisschen, ja, wie soll man das beschreiben? Der ist ein bisschen klobiger als der andere, gefühlt. So, wir haben hier die Wasserversorgung. Das heißt, wir drehen den jetzt schon mal so, dass die Anlage mit der Wasserzufuhr möglichst hier zum Behälter, zum Wasserbehälter direkt führt. So. Und dass wir hier gar nicht so viel Platz lassen eigentlich, würde ich sagen. Und dass wir vielleicht auch den Kalkstein noch ein bisschen freilassen. Der Kalkstein sollte idealerweise vielleicht nicht zugebaut werden. So, dann machen wir das so. Der läuft ja eh noch nicht an. Wir pausieren den auch gleich erstmal, damit da nicht irgendwie was passiert. Und dann schließen wir erstmal gleich das Wasser an. So, das machen wir gleich direkt mal mit zwei dicken Leitungen. Und hier machen wir auch nochmal eine dicke Leitung dran. Und die mache ich schon mal mit schnellem Bauen, genau. Und dann sagen wir natürlich, die Ausgänge hier haben alle Prio. Weil logischerweise brauchen wir auf jeden Fall Kühlwasser. Das muss Prio haben. Und natürlich die Wasser oder das Wasser, was dann letztendlich zu Dampf wird, soll natürlich Prio haben. Und das hier ist ja nur das, was als Überschuss entsteht, was wir jetzt nicht unbedingt bunkern müssen. Da stellt sich auch die Frage, ob wir das so überhaupt angeschlossen lassen. Kann sein, dass wir das vielleicht auch abknippern. Müssen wir mal gucken. Es kommt ganz oft die Menge an, die wir hier hinten dann auch produzieren. Müssen wir mal schauen. Jetzt müssen wir erstmal dafür sorgen, dass der Spaß hier entsprechend angeschlossen wird an eine Turbinenkonstellation. Und das ist ja die übliche Turbinenkonstellation dann. Also wir haben eine Hochdruckturbine 2. Ich meine, wir könnten auch... Haut der schon Höchstdruck raus? Ne, der haut nicht Höchstdruck raus. Das macht dann der... Der schnelle Brüder macht das dann mit Höchstdruck. Genau. Jetzt müssen wir mal schauen. Wir müssen hier genug Platz lassen, dass wir die Turbinen erweitern können. Das ist aber gegeben. Wenn wir uns das hier angucken. Dann haben wir hier eine ziemlich große Fläche am Start eigentlich. Wir haben auch nach hier hinten eine große Fläche am Start. Weil man kann das theoretisch alles am Stück bauen. Das ist halt so das Ding. Man kann halt hier hinten die... Die Turbinen, die normalen, aufbauen. Und dann nach vorne halt die anderen stecken. Bergbaukontrollturm hat keine Gebiete, die... Ja, okay, warte. Es ist wieder der hier. Okay, was fehlt uns denn gerade? Warte mal. Uns fehlt Kalkstein. Okay, wir müssen Kalkstein... Abbauen lassen. Müssen wir mal machen lassen hier. Wir haben hier hinten... Hier noch ein bisschen Kalkstein. Da können wir mal noch ein bisschen einebnen hier eigentlich. So neben diesem... Neben diesem Gefälle hier, was wir hier haben. Können wir ihn mal hier so ein bisschen tingeln lassen. Dann kommt ein bisschen Kalkstein rein. Hier zum Beispiel haben wir auch noch so ein paar Ecken, die noch weg können. Oh, ja. Können die weg? Ja, ja. Können weg. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass die Sachen, die man wegbaggert, auf jeden Fall über Null sind. Ne, wie gesagt. Sonst hat man ein Thema am Hals. So, dann lasst mal hier den... Den Turm hier, den Bereich, lasst den mal hier editieren und lasst den mal hier hin. Hier hin packen. So, dann kann der nämlich gleich mal hier rüberfahren, der Knabe. Genau. Und da kann er sich gleich mal verlustieren da dran. Wunderbar. So, jetzt... Das wird jetzt eh gebaut. Meine ich. Warten auf Lieferung. Ich kann es auch schnell bauen. Ich baue es jetzt einfach mal nicht schnell. Wir machen jetzt erst mal, wie gesagt, die Turbinen. So, jetzt müssen wir schauen. Wir machen die Strüchenstücke weiter nach hinten. Vielleicht. Vielleicht auch mit ein bisschen einem Abstand. Nicht ganz so nah daran. So, Turbine. Hochdruckturbine. Einfach aber zwei Stück. So, wir haben ja hier hinten... Wie haben wir das denn hier gemacht? Mal ganz kurz gucken. Wir haben hier... Ja, da habe ich es halt hier so paarweise gemacht. Das Ding ist, jede von den Niederdruckturbinen haut halt 6 Megawatt raus. Und die sind halt bei 12. Ne, wir teilen das mal lieber so auf, wie es hier ist. Never change a running system. Kann ich da nur sagen. Wir teilen das lieber so auf. Wir machen hier die Niederdruckturbinen hin. Besser ist das. Also ja, das hat sich bewährt. Ich weiß nicht. Ihr könnt mir ja schreiben, wenn ihr ein anderes System bei euch verwendet. Eine andere Aufteilung. Dann könnt ihr mir das ja mal schreiben. Ich nutze jetzt das, was ich immer genutzt habe. Genau, so dann die Hochdruckturbine. Nochmal direkt gegenüber. Selbes Ding. Drehen wir aber in die andere Richtung, damit sich die Ausgänge vom Niederdruckdampf entsprechend genau gegenüberstehen. Genau, weil dann können wir nämlich die dann wieder so wie auf der anderen Anlage reinleiten. Nur hier habe ich jetzt wieder das Problem, dass es wieder zu nah dran ist wahrscheinlich. Machen wir es lieber mal so, dass wir da in der Mitte noch mehr Platz haben. Das heißt, das muss ich wieder weg machen. Der Planungsmodus ist schon sinnvoll. Das muss man einfach auch mal sagen. Also, was wären wir ohne den Planungsmodus, ne? Total lost wären wir eigentlich. So, genau. Jetzt noch die Schwungräder nach vorne. Da braucht man jetzt keinen Abstand noch groß lassen. Da können wir nämlich jetzt auch mehr Schwungräder davor setzen. Das ist auch schon mal gut. Das ist auch schon mal gut. Da können wir die Energie nämlich auf mechanische Art und Weise speichern. So, jetzt müssen wir die Versorgung mit dem Dampf machen. Das ist jetzt auch nochmal ein Ding. Da kommt ja einiges raus, nicht wahr? Und das ist gar nicht mal so ohne. Das muss aber auch nach oben, sehe ich gerade. Genau. Dann machen wir das mal gleich nach oben. Nehmen Sie es nach oben. So, dann schließen wir hier damit dann direkt die hintere an. Weil dann können wir nämlich die hier einfach nur quer anschließen. Dann ziehen wir das hier entsprechend auf die andere Seite. Und machen das Ganze kongruent einfach für die andere Seite nochmal genauso hervorragend. Und wenn jetzt noch eine Anlage dazu kommt, können wir hier nochmal abzwacken. Und dann entsprechend das gleiche nochmal wiederholen. Weil wir haben theoretisch ja noch ganz viel Spielraum an der Stelle. So, und jetzt machen wir das hier entsprechend so, dass wir es hier reinnehmen. Machen hier eine Kreuzung. Machen hier einen Absplitterer in die Mitte. Machen die Kreuzung dicht hier. Genau. Und schließen das hier an. Das schließen wir hier an und das schließen wir hier an. Hervorragend. Wunderbar. So wollen wir das haben. Jetzt kommt hier noch Niederdruckdampf raus. Oder beziehungsweise druckloser Dampf ist das. Da haben wir jetzt natürlich die Wahl. Entweder wir machen den jetzt wieder zu Wasser. Was natürlich unsere AKW-Wasserversorgung entlasten würde. Wo wir aber wieder berücksichtigen müssen, dass wir dann hier wieder eine Prio-Lösung brauchen. Damit das Wasser vom AKW priorisiert in den Tank kommt. Das heißt, das müssen wir dann nochmal neu machen. Jetzt ist aber noch genug Tankkapazität erstmal übrig, dass wir das jetzt erstmal noch nicht machen müssen. Genau. Jetzt brauchen wir einen Kühlturm natürlich. Jetzt muss ich nochmal gucken. Der haut raus 96 und dann das Doppelte davon sind dann 192. Was haut der hier raus? Der haut 192 raus. Genau. Der verbraucht 192 und haut 192 raus. Das heißt, hier kommt dann entsprechend, ja wahrscheinlich auch irgendwas so in dem Dreh raus. Hatten wir hier zwei Kühltürme? Ja, hatten wir, okay. Das heißt, wir brauchen auch da wieder zwei Kühltürme mindestens. Am besten eigentlich schon mal einen dritten aufbauen, weil wenn wir noch die nächste Leistungsstufe entfalten beim Reaktor, dann wäre es wahrscheinlich schlau, wenn wir noch eine nehmen. So, jetzt muss ich den Fahrzeugen leider hier ein bisschen in die Parade fahren. Wir machen mal die Kühltürme hier so möglichst nah dran. Eins, zwei und Numero drei. Genau, dann sind sie nämlich hier schön in Line. Und dann müssen wir das einfach nur rüberziehen, das Ganze. Und dann machen wir es jetzt auch wieder so, dass wir das hier nach vorne nehmen. Und dann hier rüber. Genau, guck mal. Und dann verteilen wir das Ganze. In die Kühltürme. Also wir schließen die Kühltürme einen nach dem anderen an. Und so. So, dann haben wir nämlich diese Leitung schon mal da dran. Und hier ist Wasser. Jetzt müssen wir das hier nochmal abknippern tatsächlich. Das machen wir jetzt gleich direkt. Was soll der Geiz? Schnelles Entfernen, schnelles Entfernen. So, dann machen wir hier eine Ordnungseinrichtung, nicht wahr? Und hier am besten auch gleich ein dickes Rohr. Besser ist das. Und dann kommt das nämlich hier ran. Zulauf eins. Zulauf zwei. Genau. Eigentlich könnte man die beiden auch in ein Rohr kombinieren. Aber ist jetzt noch erstmal egal. Und hier von der Seite kommt dann entsprechend das Wichtigste. Das ist nämlich dann das Rohr von den kühlenden Türmchen. Genau. Die drei Türmchen. Das ist so ein bisschen Herr der Ringe mäßig quasi. Herr der Ringe, die drei Kühltürme. Nicht schlecht. So, dann tingle mal ein dickes fettes Rohr da einfach dran jetzt von unten. Und hier auch. Wunderbar. So, jetzt müssen wir das Ganze natürlich bauen lassen. Das heißt, ich mache jetzt einfach schnelle Lieferungen an allen Stellen. Machen wir im Planungsmodus mal aus. Ich baue jetzt einfach alles schnell. Dann wird das auch erledigt. So, die Turbinen. Und dann lassen wir sie anlaufen. Das Ding mit dem Anlaufen ist aber, wir müssen dann natürlich jetzt noch Behälter hinstellen für die Brennstäbe noch. Brennstabslager ist ja vollgelaufen. Zumindest das eine. Bei den MOX Brennstäben noch nicht. Aber das für die Standard Brennstäbe ist vollgelaufen. Also das können wir dann entsprechend hierher transportieren lassen. Da entsteht dann auch ein Überschuss. Dann läuft das andere AKW dann wahrscheinlich nacheinander erstmal leer. So, ja wir müssen noch den Notfallausgang, den müssen wir noch anschließen. Der ist ganz wichtig. Der wird hier gebraucht. Falls wir einen Notfall haben, muss das hier entsprechend in den ersten Kühlturm rein. Damit wir da keine Probleme kriegen. Damit der Dampf abfließen kann. Genau, das ist ganz wichtig. So, wunderbar. Guck mal, hier haben wir alle Rohre gebaut. Ich weiß, es geht wahrscheinlich mit irgendeiner Methode gegen das glaube ich. Ich glaube mit dem Ding hier konnte man das schneller machen. Ist jetzt eher, ich will es halt auch schnell bauen. Da klappt das gleich noch ein bisschen besser hier, wenn wir es so machen. Das muss noch gebaut werden. Das muss noch gebaut werden. Das muss hier noch. Das muss noch. Leider sind immer diese kleinen Segmentrohre dazwischen. Die macht er dann immer nicht. Da muss man aber dann nochmal extra drauf drücken. Das hier zum Beispiel auch. Das ist immer ein bisschen nervig. Ja genau, das hier muss auch noch angeschlossen werden. Ich war. So, und hier drüben müssen wir die beiden auch noch anschließen. Jesus. Christ of Jesus. Genau. Das muss da dran und das muss da dran. So, dann haben wir das, das und das. Jetzt müssten sie alle angeschlossen sein eigentlich. Wenn ich jetzt Adam Riese nicht sehr täuscht, müssten sie alle angeschlossen sein. Das hier muss noch schnell gebaut werden. Das war auch noch ein Planungsmodus. Ja, da sieht man mal, wie viele Rohre da alleine schon gebraucht werden. Wie viele Stufe 3 Teile alleine nur, um die ganzen Rohrleitungen zu verlegen, ey. Jesus Christ. Ich meine gut, man kann es auch ohne Stufe 3 machen. Aber egal. So, jetzt Brennstäbe werden gebraucht. So, jetzt bauen wir hier hinter Lager-Einrichtungen. Und zwar einmal für Mox. Mox-Brennstäbe und für normale Brennstäbe. Und da machen wir ruhig die Großen. Auch wenn das wahrscheinlich mit den Großen gar nicht nötig ist. Aber egal. So, hier machen wir dann entsprechend Uran-Brennstab. Und hier kommt dann entsprechend der Mox-Brennstab. Jetzt ist immer nur die Frage, wo ist der Mox-Brennstab? Hier genau. Da müssen wir hier sagen, vollhalten. Und hier auch vollhalten. Hervorragend. So, dann schließen wir die natürlich noch entsprechend an. Und wir sagen natürlich, dass wir hier prioritisieren. Und zwar prioritisieren wir hier natürlich den Mox-Brennstab. Weil der Mox-Brennstab ist natürlich geiler als der normale Brennstab. So. Schön hier das so machen. Genau. Und dann kommt das erstmal da rein. Und den Atommüll müssen wir natürlich noch ausgeben. Da können wir eigentlich auch gleich direkt hinter das AKW. Oder vielleicht nicht direkt dahinter. Vielleicht. Ja, eigentlich müsste man es daneben aufbauen. Weil so gesehen ist ja hier noch Platz. Wir können ja hier, warte mal. Wir können ja hier noch eine Brücke aufbauen. Machen wir mal hier noch eine große LKW-Brücke dazwischen. Dass wir da Förderbänder langlegen können. Dann bauen wir die Endlager hier auf die andere Seite. Denn da brauchen wir ja auch dann Lager entsprechend. Ne Schwa. Und dann bauen wir die jetzt hier hin. Wir brauchen ja zwei verschiedene auch, ne? Für den Orangenen und für den Normalen. Genau. Warte mal. Können wir das nochmal abbrechen? Ich hätte das gerne andersrum. Ich hätte das gerne so rum gespiegelt. Weil da ist nämlich der Eingang auf der richtigen Seite. Machen wir das mal so. Und so. Ne, dann geht es hier rein und da raus. Das glaube ich besser. Rein, raus und so. Warum kann ich es nicht bauen? Weil ich nicht hier noch Zement da habe. Was? Kein verfügbarer Platz, um Produkte zu verkippen. Oh, wir haben zu viel Erde. Das ist ja nice. Warte mal. Lass mal da gleich noch, äh... Ja, lass mal gleich dann hier noch weiter ausschütten, ne? Nicht nach oben. Gerade aufschütten. Genau. Eine Plattform möchte ich haben. Genau. Flüssigkeitsspeicher hat eine zu geringe Versorgung vom Wasser. Oh, oh. Schnell wieder anwerfen. Das meine ich nämlich. Seht ihr das? Alter, da waren noch 31 drin. Junge, Junge. Jetzt läuft es wieder rein, okay. Heftig, heftig. Aber es ist immer noch genug Kühlwasser im AKW. Und es kriegt auch immer noch genug Wasser für die Dampfproduktion. Alles gut. War gerade noch rechtzeitig. Siehst du, jetzt habe ich genau gewusst, dass es mich wieder alles so ablenkt, dass ich da das vergesse, wieder zuzuschalten. Aber ist egal. Jetzt haben wir ja genug Zeit. So, jetzt müssen wir mal schauen. Mox-Brennstäbe sind am Start und normale Brennstäbe sind schon am Start. Hatte ich das jetzt schon priorisiert? Natürlich nicht. Die Mox-Brennstäbe brauchen prior. So, jetzt müssen wir doch den Output machen vom Atommüll. Tritra, Trulala. Und ihr seht, das ist ein Ausgang. Das heißt, wir müssen den Spaß dann hier gleich mal direkt entsprechend splitten. Ich muss aber erst mal ein bisschen Holz weggeben, dass wir nochmal ein bisschen Zement kriegen. Sonst kann ich die Endlager nicht schnell bauen. Und das ist natürlich ungünstig. Das brauchen wir dann jetzt doch schon. So, dann müssen wir hier mit einem Filter arbeiten tatsächlich. Wer hätte das gedacht? Und zwar müssen wir... Moment, ich muss erst mal richtig drehen, das Teil. Äh, so rum... Genau, so rum brauchen wir es. Da kommt nämlich der normale Atommüll dann rein. Genau. Den wollen wir da rein haben. Ne, warte mal. Flaches Förderband ist das tatsächlich. Entschuldigung. Stimme noch ein bisschen rau. So, und der ist da... Der Rest ist dann natürlich entsprechend der Mox Atommüll. Und das ist der, den wir auch einlagern müssen. Weil das ist der, den wir brauchen für die... Für die Freischaltung, genau. Weil wir müssen das ja noch schreifalten. Die andere Geschichte da noch. So, können wir das so machen? Ne, können wir nicht. Oder doch, können wir... Es ist egal. Mache es so von mir aus. Dann mache es da hin. Da hin und da hin. Nice. Dann schnell bauen, genau. Ne, da geht es nicht lang, genau. Jetzt müsste er schon den Umweg gehen. So, hier müssen wir jetzt filtern. Dann müssen wir sagen, äh, Atommüll, genau. Und geradeaus geht ja dann der Mox... Das Moxzeug raus. Bergbaukontrollturm hat keine verfügbaren Gebiete... Bereiche, die in diesem Gebiet abgebaut werden können. Ja, 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 ja. Machen wir doch hier mal diese Rampe mal ein bisschen größer. Würde ich sagen. Das können wir doch mal machen. Hier und hier oben gleich mal die Fläche noch ein bisschen vergrößern. Und hier unten noch den Spaß noch ein bisschen größer machen. So, und dann bitte einmal hier den Bereich nochmal anpassen. Kann ruhig mal die ganze Rampe nochmal breiter machen. Aber irgendwie kommt mir das so vor, als wenn die da so gerade so durchpassen würden, die LKW. Das ist ein bisschen... Ein bisschen schmal vielleicht. So, genau. Also jetzt haben wir das eingestellt. Bergbaukontrollturm hat keine verfügbaren. Schon wieder nicht. Achso, das ist der... Ja, der Eisenfarmer. Warte, dann mach das ganz schnell mal hier so. Wer hier alles Wehwehchen hat und betüdelt werden muss. Unglaublich. So, mal gucken, ob wir es noch zum Laufen kriegen in der Episode. Ich bin gespannt. Äh, also wir haben hier jetzt ganz kurz nochmal alles durchgegeben. Wir haben die Atommüllsortierung. Wir haben das. Wir haben die Brennstäbe drin. Ich möchte gerne vielleicht hier noch sagen, dass hier das Lager geleert werden soll. Das wäre vielleicht noch ganz praktisch. Und hier drüben... Ja, das muss nicht unbedingt geleert werden. Hauptsache es kommen Brennstäbe auf der anderen Seite an. So, dann würde ich sagen... Meine lieben Freunde. Wasser ist da. Wasser ist da. Brennstäbe sind drin. Wasser ist drin. Dann müssen wir es hochfahren jetzt. Hilft alles nicht. Ich speichere nochmal. Vorsicht, sei mal. Und vielleicht mal die Prio auf 1 stellen. Das wäre vielleicht mal noch ganz schlau. Speichern. Weil wir müssen dann nämlich das andere AKW auch runterfahren. Das ist nämlich das andere Ding, was wir machen müssen. Also, hochfahren. Was ist eigentlich diese automatische Regelung? Wenn aktiviert, regelt der Reaktor die Zielleistung basierend auf dem Wärmebedarf. Die automatische Regulierung wird niemals über die Zielleistungsstufe hinausgehen. Ausgewählt auf dem Schieberegler oben. Sie kann auch nicht unter die erste Stufe fallen. Abschalten des Reaktors. Die Automatisierung basiert auf dem Kühlkreislauf. Ohne ihn könnte eine schnelle Änderung der Reaktortemperatur zu einer Kernschmelze führen. Diese Regelung erfordert Rechenleistung, um zu funktionieren. Wie viel Rechenleistung erfordert die denn? 12 Flops. Wir probieren das einfach mal. Keine Ahnung. Ich habe ja gespeichert. So, dann fahren wir das Ding mal hoch, meine lieben Freunde. Wir fahren es hoch. Und da ist schon der erste Mox-Brennstab drin. Genau, der wird prioritär verwendet. Was auch gut ist, weil wir wollen ja diesen Müll produzieren. Den wollen wir ja haben. So. Sehr gut. Dann läuft das doch jetzt. Jawohl, guck mal. So, da tingeltangelt er sich schon so vor sich hin. Wird hochgefahren. Und hier müssen wir noch eine Prio einstellen, ne? Ja, genau. Schon wieder die Prio vergessen. Gibt's alles nicht. Hervorragend, hervorragend. Meine lieben Freunde. Ich überlege gerade ehrlich gesagt, ob ich hier vielleicht noch eine Notfallentwässerung mache. Falls das hier sich staut. Dass man hier vielleicht noch ein Wasserrohr hat. Was vielleicht hier... Oder was... Dass es hier vielleicht einfach ins Wasserrohr reingeht. Dass das Wasser halt abgeleitet werden kann, wenn hier voll ist. Ja. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken, ob wir hier ein Defizit haben insgesamt. Oder ob wir einen Überschuss kriegen. Müssen wir mal schauen. Oder ob es sich gleichmäßig hält. Sieht aber erstmal schon mal gut aus, soweit. Brennstoff im Lager. 77 von 80. Okay. So. Haben wir schon Mox-Abfall? Jawohl, wir haben Mox-Abfall. Nice. Absolute Wahnsinn. Und wir haben einen Stufe 2 Kernreaktor am Start, meine lieben Freunde. Er ist installiert und er läuft. Der absolute Wahnsinn. Es ist der Hammer. Und er ist sogar auf Stufe 2 schon aktiv. Nicht schlecht. Und er kann, glaube ich, sogar... Auf Stufe 4 kann der, glaube ich, sogar hochgefahren werden. Krass, krass. Der andere kann ja nur auf Stufe... Auf Stufe 3, glaube ich. Ja, genau. Der kann nur auf Stufe 3. Der kann auf Stufe 4, der andere. Krass. Das heißt, wir können aber doppelt so viel Strom produzieren, theoretisch. Da braucht man natürlich auch mehr Kühlwasser, ne? Aber kann man natürlich dann richtig geil steigern, ne? So, jetzt wäre natürlich die Aufgabe, weil wir jetzt natürlich lange nicht so viele Brennstäbe produzieren, meine ich zumindest, wie wir müssten. Zumal wir ja... Obwohl, eigentlich ja doch, ne? Hier sind ja zwei Anlagen eigentlich. Ich weiß gar nicht, wie ist das eigentlich hier? Wir haben ja hier den Yellow Cake. So, und hier haben wir keinen Yellow Cake, den wir reinleiten, aber diese wiederaufbereitete Uran-Geschichte. Wir können ja hier den Yellow Cake auch aktivieren eigentlich. Dass wir mal vorübergehend noch ein bisschen mehr Brennstäbe raushauen, dann einfach den Yellow Cake hier mit anschließen. Was soll der Geiz? Dann produziert das Ding ja auch nochmal mehr Brennstäbe. Dann haben wir ja... Also, was heißt, es werden keine Brennstäbe produziert, aber ihr wisst, was ich sagen will. Wir kriegen halt mehr angereichertes Uran. Wir brauchen ja drei pro Minute, damit wir pro Minute drei Brennstäbe raushauen. So, momentan produzieren wir 0,75 mal 3. Also, wir sind noch unter 3. Wir sind bei 2, irgendwas. 2,5 oder so. Keine Ahnung. Wenn ich jetzt mich nicht sehr verrechnet habe. Das heißt, ja, hier werden auch die Brennstäbe jetzt rausgeholt, immer mehr. Langfristig gesehen würde es so laufen, dass wir diesen Reaktor stilllegen tatsächlich. Würde ich sagen. Weil der ist unpraktikabel. Auch alleine schon, was das Wassermanagement angeht, ist der unpraktikabel eigentlich. Den müssen wir stilllegen. Hilft da jetzt nichts. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn der keine Brennstäbe mehr kriegt. Ob der dann einfach von sich aus aufhört. Wie lege ich eigentlich den AKW still? Das ist eine verdammt gute Frage. Kann ich die Nennleistung runterfahren? Müsste eigentlich gehen. Das würde ich jetzt so machen. Dann braucht er weniger Wärme. Produziert weniger, also produziert weniger Wärme. Produziert weniger Dampf. Und produziert dann schlussendlich auch weniger Energie. Sollte eigentlich so laufen. Genau. Und der andere müsste das ja dann auffangen eigentlich. Dann fahren wir ihn einfach mal ein bisschen runter. Genau. Ich finde das auch cool, dass er dann ein bisschen weniger glüht. Also die Scherenkov-Strahlung ist da ein bisschen schwächer tatsächlich. Das ist eigentlich ganz cool gemacht so. Dass man den Leistungs... Leistungsniveau, dass man das sehen kann von außen. Das ist irgendwie nice. So, genau. Jetzt haben wir... ... einen dicken, fetten Reaktor Stufe 2. Der auch ordentlich Mox verbrennt. Das ist schon mal gut. Aber wir haben, glaube ich, lange nicht genug Mox, damit das durchläuft. Das ist so eine gute Frage. Weiß ich nicht genau. Müssen wir mal gucken. Das ist jetzt doch das Ding, dass... Der Atommüll wird ja jetzt nicht... Der wird ja jetzt nicht verarbeitet hier. Da haben wir ja jetzt ja hier keine Anlage. Das hier ist ja die Recyclinganlage für die alten Solarpanele. Die können wir theoretisch auch woanders hinstellen. Die muss nicht hier stehen. Die können wir woanders hinbauen. Weil ich würde wahrscheinlich jetzt, wo wir schon... Wenn wir schon hier was jetzt haben mit Atomkraft... ... und das Ganze so noch aufgebaut haben, dass wir das Ganze erweitern können... ... würde ich hier direkt auch gleich das Recycling vom Atommüll machen. Dann haben wir das nämlich hier hinten dann raus... ... und können das woanders machen. Also, ja, das einzige Problem ist halt die Glasschmelze. Wir bräuchten nochmal einen Lichtbogenofen an der Stelle. Aber ich glaube, dann kann ich vorher erstmal noch direkt... ... also noch mehr Generatoren aufbauen, den Reaktor nochmal... ... also nochmal höher fahren. Dass wir eine höhere Outputleistung haben. Dass wir noch mehr Anlagen in der Richtung halt aufbauen können. Ich meine, ja gut, man könnte theoretisch auch sagen... ... man exportiert die paar Produkte, die hier rauskommen aus der Anlage. Also man importiert den Standardatommüll hier rein. Das kann ja theoretisch ein LKW machen. So oft muss ja da keiner fahren. Und, ähm... Ja, und dann kommen ja die Spaltprodukte aus. Das kann ja hier trotzdem bleiben eigentlich. Und der Brennstab wird dann halt wieder zurückgefahren. Das muss man nicht mal mit dem Förderband machen. Bei den kleinen Mengen, die da anfallen. Weil das sind ja nur kleine Mengen. Das ist ja jetzt nicht so, dass da gigantische Mengen anfallen würden. Also prinzipiell kann man es auch einfach so lassen, wie es jetzt ist. Das würde ich eigentlich damit sagen. Musst du ja aufpassen, dass es nicht doch irgendwie vollläuft. Jetzt haben wir schon 16 Einheiten Verbrauch des MOCs. Und wir brauchen für die Forschung 60. Ja, das ist schon eine ganz schöne Ansage, würde ich mal sagen, ne? 60, meine lieben Freunde. Hier macht man mal gleich einen Alarm, würde ich sagen. Wenn hier der 50% leer ist, der hintere Behälter, dann soll er mich mal warnen tatsächlich. Weil das ist, glaube ich, ein gutes Niveau, wo man noch reagieren kann. Wenn der vordere sich schon verändert, ist es, glaube ich, schon ziemlich spät im Zyklus. Genau. Nice. So, das ist doch super. Dann sind wir schon mal deutlich safer unterwegs als bei dem Gerät hier. Und der wird jetzt aber runtergefahren. Hier ist auch eh kaum noch Brennstoff drin. Weißt du was? Wir machen den jetzt gleich direkt mal auf Null. Wir machen den auf Null. Lassen den runterkühlen. Und dann... Genau. Ist er erst mal aus. Und der andere übernimmt ja dann richtig. Ich denke schon. Ja, jetzt kann ich ihn verbessern. Sehr schön. Jetzt könnte ich ihn verbessern. Jetzt könnte ich mir einen zweiten. Aber das ist hier, wie gesagt, keine gute Position. Weil einfach schon so wenig Platz hier ist. Deswegen. Ihr seht auch, ich habe auch hier schon das Endlager weggemacht. Und trotzdem ist nicht genug Platz an der Stelle. Ne, das ist hier hinten schon... Auch alleine schon, was das Erweitern angeht, ist das hier besser. Und mir gefällt jetzt auch die Anordnung hier besser, ja. Ist alles besser hier. Ist einfach so. Wie viele Solarpanele können wir jetzt mittlerweile eigentlich... Oh, wir können wieder noch Solarpanele raushauen. Das ist doch nice. Machen wir das doch gleich mal. Zum Ende der Episode mehr oder weniger. Nochmal drei Solarpanele pflanzen. Ne, dann können wir nämlich hier auch irgendwann mal dieses Solarfeld dann auch mal entfernen. Weil wenn wir hier jetzt die Grundstoffe anpflanzen für die Chemie 2.0. Also wenn wir jetzt sagen, pflanzliche Stoffe sind die Grundlage für unsere neue Chemie-Kreislaufproduktion und auch Elektrolyse und sowas. Da braucht man ja eine deutlich größere Anbaufläche, um die Mengen zu produzieren, die wir vorher hatten. Wir müssen ja nicht nur Ethanol produzieren. Wir müssen ja auch irgendwie noch Öl produzieren. Da braucht man ganz viel Raps und sowas alles. Und ja, das müssen wir halt produzieren alles. Und das braucht auch ziemlich große Personalmengen. Wir sehen, wir haben 185 Arbeiter momentan. Da können wir eigentlich gleich direkt mal sagen, wir planen gleich mal den Ausbau der Großstadt. Ist auf jeden Fall keine so schlechte Idee. Lass mal gleich noch eine Stadt bauen. Nahrung ist genug da für 43 Monate. Wir haben mehr als genug Essen. Können wir gleich direkt mal machen. Können sie nebenbei mal erledigen. Und dann ist das nämlich auch durch. Haben wir schon mal für die Zukunft die Arbeiterschaft erweitert. Ganz wichtig, ganz wichtige Baustellen. Da steht auch Wasserressource wird knapp. Also ihr seht auch, wir müssen teilweise viel mehr Wasser entnehmen als vorher. Obwohl wir eigentlich deutlich mehr Wasser auch recyceln. Aber die Bevölkerung hat halt auch einen höheren Verbrauch dadurch, dass sie gewachsen ist. Und die Farmen sind ja auch, haben sie ja verdoppelt eigentlich fast die Anzahl der Farmen. Und ja, naja verdoppelt nicht. Aber es sind halt mehr geworden. Ja und es schluckt halt alles Wasser ohne Ende. Ja und das ist halt auch das, wo die meiste Energie letztendlich dann auch reingepumpt wird am Ende. Die Wasserproduktion. Wie gesagt, durch die Verwendung der richtigen Pumpen kann man die nochmal ein bisschen reduzieren. Die Energie, den Energiebedarf beim Wasser. Weil wie gesagt, die großen Pumpen, die wir hier haben, die brauchen halt nur mal 300 Kilowatt. Kann man sich aber theoretisch eigentlich sparen, indem man die kleinen verwendet. Nur ist leider hier das Gelände so hoch, dass ich hier die kleinen nicht benutzen kann. Das ist leider ein bisschen doof. Ja, aber die haben hier so einen kurzen Stutzen. Das klappt hier nicht. Vielleicht hier vorne irgendwie. Ne, klappt auch nicht. Einige Teile müssen sich... Ah doch, hier würde es klappen tatsächlich. Okay. Ja gut, dann ist das hier wahrscheinlich einfach eine schlechte Position. Vielleicht, wenn man die Rohre einfach hier rüber nimmt und hier dann noch die kleinen Pumpen verwendet. Da könnte man sich schon auch noch einiges an Strom sparen eigentlich. Das sind ja fast... Aber wir haben vier Pumpen. Eins, zwei, drei, vier. Und wir haben 200 Kilowatt... 200 Kilowatt Einsparung, genau. Äh, dann sind das ja 800. Puh, 800 könnte man einfach... Fast ein Megawatt, krass. Ja, ich meine, jetzt werden einige lachen. Aber ich meine, es sind halt 800 Kilowatt, die man nicht braucht. Die man nicht irgendwie aufbringen muss. Und die dann bei einem kurzfristigen Mangel nicht fehlen. Beziehungsweise die man dann nicht umallokieren muss. Eigentlich ganz gut. Aber ich bin sehr zufrieden, muss ich sagen. Mit dieser Anlage sieht schon viel ordentlicher und besser aus. Ist halt auf einem etwas größeren Areal. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das darf ruhig auch mal ein bisschen Platz kosten. Jetzt müssen wir halt den Mox-Brennstab zusammensparen. Also den ausgebrannten Mox. Und dann können wir die Forschung auch nochmal starten. Nice! Und an dieser Stelle endet diese Folge Captain of Industry. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen. Damit ihr immer mitbekommt, wenn es neue Videos gibt. Und ihr könnt auch gerne mit meinem Creator Tag Spielbär mit AE Spiele kaufen im Epic Store. Für euch wird es dann nicht teurer. Aber ihr unterstützt mich mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und es wäre sehr nett, wenn ihr das tun würdet. Und an der Stelle bedanke ich mich auch, wenn ihr das schon gemacht habt. Ich bedanke mich auch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao!